Hallo, willkommen zurück zu Killzone 2 Classic Games. Ich habe nur eine kurze Pause gemacht. Und jetzt, wieso läuft denn der automatisch nach vorne? Was ist denn das? Wieso? Na. Das zieht mir ein bisschen schlierender. Seht ihr das? Alter Schwede. Ja, Playstation 3. Aber das kann nicht sein, es liegt vielleicht auch irgendwie am Spiel. Ich weiß nicht. Euch habe ich ja platt gemacht, ne? Irgendjemand schießt da noch auf mich. Ich weiß nicht, von oben? Ja, von oben. Wieso? Ach, das war es ja du, der leer gefeuert war, ne? Okay. Dankeschön. Schnell da durchgerannt. War da irgendwas? Ich weiß es nicht genau. Nee. Ah, da. Bist du jetzt tot oder nicht? Nein. 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 Nachladen. Ja, auf nahe Entfernung ist die MP echt nicht schlecht. Kann man nicht meckern. Hier irgendwo war uns so ein komisches Abzeichen. Irgendwo da. Ich meine, es war irgendwo hier. Und dann, wenn ich da weitergehe, dann habe ich es verbockt. So. Dich habe ich da erwischt. Und dann kommt mal dieses Abzeichen da... Wir schmeißen da eine Granate. Okay. Wir hier zum Kreis gelaufen, oder was ist das? Hä? Sieht so aus, oder? Ich muss die Leiter da runter, oder? Kann das sein? Und verbringen. Ja. Das muss weh tun. Na, komm doch mal vor. Oh. Habe ich ihn erwischt? Yes. Sehr gut. Man, kann man eigentlich das Radio ausschalten? Also, da geht mir auf den Sack der Risarisch-Colari mit seinen Palabra. Ohne Scheiß. Was ist das hier? Die Blögen da rum, da hinten. Ohne, das ist auch so eine Sache. Die sind nicht so einfach. Ich weiß das. Wie, in Deckung? Das wäre vielleicht eine andere Waffe nicht schlecht, oder? Hey, Sir! Wir drüben! Ich probiere mal das LMG aus. Ist das Ding voll? Wurde aber auch Zeit. Als wir kamen, waren die Überlebenden schon tot. Na, da. Die X haben nur auf uns gewartet. Wir kriegen Besuch! Und von welcher Seite? Also begrüß Sie artig! Das ist blöd, wenn ich da... Alle Feinde. Mühe, bin ich verkehrt hier. Werden angegriffen! Wurde hin? Fertig! Rausel Hilfe! Wurde gemacht! Oh! Oh, der lebt noch. Wer wird beschossen? Ich sehe nichts. Aua. Brenn, Arschloch, brenn! Das war der Kopf. Und jetzt? Das ist die Frage. Von welcher Seite? Ja, wo ist der? Der Gazer. Was nutzt denn der so? Die ist wieder von da? Oh, oh. Was ist das? Wo denn? Kann man die überhaupt abschießen? Aua. Aua. Ich glaube, ich bin gleich tot. Ich weiß nicht, von wo ich geschossen werde. Jetzt habe ich das Gefühl. Sehe unser starkes Schloss! Der Kranate! Oh. Und jetzt? Ich rede meinen Arsch. Ich rede meine Arschloch. Von da drüben. So. Und jetzt? Gespeichert. Gespeichert ist nicht schlecht. Jetzt ist er tot. Was soll denn das, Mensch? Von oben? Hoffentlich nicht von meiner Seite. Mach sie fertig! Boah. Sag mal. Jetzt bin ich tot. Ich weiß nicht von wo. Hi, 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 hi. Das ist halt, wenn man Veteran spielt. Und man hat ein Aiming wie... Ja. Was soll ich das sagen? Eine Schlaftablette. Geht's jetzt hier nochmal weiter? Ja gut Ich brauche ein bisschen Munition glaube ich Die ist leer Ja schon wieder Ich weiß nicht von wo Oh oh Ja ist gut Zumindest bin ich nicht der einzigste der da drauf geht Ja Irgendwie klappt das besser ohne Zoom Hab ich das Gefühl Oh Kopfschuss Schade Schön Schön Prima Toll Und jetzt Noch jemand da oben Oder schon wieder Ah jetzt bin ich schon wieder tot Ich weiß gar nicht von wo Kann mich mal einer wiederbeleben Ne Ganz tot Oh das ist aber HT Das ist nicht so einfach Ja jetzt sind die schon wieder tot Da ist die MP Aber Granaten habe ich nur noch zwei Gut gemacht Scheiße 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 ist gut Jetzt sehe ich wieder nichts mehr Bildschirm wieder ausgefallen Mensch warum fällt mir jetzt so oft aus Dieser blöde Bildschirm Okay Irgendwie geht das besser ohne Zoom Umzoomen Umzoomen Oh Ach da ist die Tür offen Kommen die da her Und jetzt Oh oh Ein Panzer Nicht schlecht Sie schießen da schon wieder auf mich Aua Oh jetzt bin ich runtergefallen Ich bin wieder zu forscht Bin ich gleich wieder tot Ja Bin wieder tot Schon wieder Ja danke Danke dass ihr mich wiederbelebt Dankeschön Sehr nett Sehr nett Sehr nett Jetzt bin ich schon wieder oben Jetzt geht es nochmal von vorne los Immer und immer wieder die Szene Das ist nervig Schnell Hier in den Bank Scheiße Scheiße Zurückfallen Zurück Das sind wahrscheinlich keine Granaten Die machen sie nämlich platt Und dann kommen die irgendwie von oben Langsam weiß es auswendig Schon wieder Von wo wäre ich noch beschossen Geht doch Das LMG ist irgendwie doof Glaube ich Alter was sie aushalten Das ist ne ganze Menge Du mach schon Dann kann man den Part beenden nämlich Ja okay Oh zu früh Aua Nicht schon wieder Aua Nicht schon wieder Die treffen wir echt nicht schlecht Für NPCs Wo sind denn die hin Jetzt gegangen Ja jetzt Jetzt leiste ich euch Gesellschaft So Es ist gespeichert Na was ist denn Ah die sind schon fortgegangen Oder Ja Okay es wurde gespeichert Dankeschön fürs zuschauen Wir sehen uns wieder Beim nächsten Mal Wenn es heißt Kills und zwei Classic Games Das hier war Part Nummer sieben Also kommt nach Adam Riese Part Nummer acht Sagt tschüss Bye bye Winke winke Heute ist nicht alle Tage Ich komm wieder Keine Frage Tschaui